hey leute ich zeig euch heute wie ihr einen geilen rucksack bekommen von den heißt update also als erstes geht ihr auf einen fallschirm also als erstes kauft ihr euch den israelen fallschirm so diesen blauen fallschirm mit diesen stern drauf also den kauft ihr euch so wenn ihr das habt geht ihr jetzt zum friseur als erst könnt ihr den als erst drauf machen so jetzt geht ihr zum friseur do just relax i want to put it to you So, beim Friseur angekommen, geht ihr jetzt einfach rein, so, jetzt kauft ihr irgendeine Haarfarbe, irgendwas vom Charakter ändern, dann geht der Glitch auf, so, jetzt gehe ich erstmal meine Haarfarbe ändern, auf schwarz, so, wenn ihr das gemacht habt, dann ist der Glitch fertig, so, jetzt habt ihr gleich die Tasche, so, das sieht voll geil aus, ihr könnt es sogar speichern, wenn ihr in der Kleiderbörse geht, wenn ihr vorne an einer Kasse geht, dann steht da ganz oben, wenn ihr rauf klickt, auf dem rechten Stick, legt ihr dann da oben Speichern drauf, also Outfit speichern und dann habt ihr das Outfit gespeichert. So, jetzt könnt ihr eure Freunde twollen und alles und ja, ich lasse es ein bisschen mistakes. Bye bye. You look so smart You're the one who grabs my heart I wanna show you What I can do Just sit down, I wanna put it to you Hey Mike, ich weiß Der allererste Schritt ist nicht leicht Sie ist ein Traum für dich, weil ihre Schönheit unglaublich ist Denn jedes Mal, wenn sie den Raum betritt, traust du deinen Augen nicht? Aber du musst dich trauen, hör auf dein Herz und gib nicht auf Geh raus und zeig, was du drauf hast, denn ich weiß, dass du drauf hast Hör auf zu fantasieren, geh raus und schnapp sie dir Denn vielleicht mag sie dich auch, also find es raus